Ja sag einmal, ich würde noch ein bisschen putzen. Musst du nicht immer gleich... Du, lass mich aber jetzt hin. So, Alter. So gar ein Stück bis zu Mama. Na, das wird heute wieder lustig, die Eifung an. Wie eine Karotte. Jetzt wieder Wurzeln. Komm her. Ohne einen zurücklegen. Kannst du doch nicht... Hey, so brutal sind wir nicht. Na ja, und? Du machst so einen Terror. Du Terrorist. Hm? Komm her, du. Du. Zwitschenkrempus. Du ziehst dich auf. Au. Ja, so ein bisschen brutaler. Das tut weh. Komm her, jetzt da. Komm her, nimm dir die Karotte. Hey, hör auf damit. Nimm die Karotte und gib an den Frieden. Wie ist das?